Warum du diesen Altcoin jetzt analysieren solltest. Ja, meine lieben Freunde des 2000X, heute möchte ich mit euch wieder einmal eine Fundamentalanalyse durchführen. Und ja, wir werden heute über dieses Protokoll hier sprechen. Das Protokoll habe ich hier auf dem Kanal schon mehrmals vorgestellt. Aber ja, heute werde ich mit euch einmal den Token analysieren. Wir werden uns anschauen, wie dieser Token Revenue macht, woher dieser Token seinen Value bekommt. Und versuche euch möglichst viel Alpha, tiefes Alpha hier zu geben. Ja, fangen wir doch einfach mal direkt an. Um welches Protokoll handelt es sich? Ja, es handelt sich um das F1X Protokoll. Der ein oder andere mag es kennen. Einen Moment, ich ziehe mich mal gerade hier auf die Seite. Bin ich ein bisschen lieber. Wunderbar. Und was erlaubt dieses Protokoll? Wirklich, long story short, man kann dort im Moment nur Ethereum hinterlegen. Und für dieses Ethereum kann dann aufgesplittet werden in quasi, also in einen Stablecoin und in eine Call-Option. Und das ist halt so ein bisschen die Innovation. Also es ist wirklich eine finanzielle Innovation, die die gemacht haben. Aber das heißt dann, dass man im Endeffekt einen Teil Stablecoin hat, einen Teil Call-Option. Und diese Call-Option sorgt quasi für die Stabilität des quasi Stablecoins. Also wenn man sich das Ganze so sehr, sehr vereinfacht vorstellt, heißt das, dass die einen Leute quasi die ganze Volatilität von Ethereum nehmen mit einem Hebel. Also hier im Moment ist der Hebel gerade 1,81. Und die anderen bekommen dann halt die reduzierte Volatilität mit einem fixen Beta. Also in dem Fall ist es so, dass es den Ethereum-Preis zu 10% trackt. Das heißt, wenn Ethereum sich verdoppeln würde, also um 100% steigen würde, würde FETH um 10% steigen. Und so funktioniert das halt. Also wirklich ganz, ganz grob gesagt. Und das Coole daran ist, ist natürlich, dass, ja, diese Leute, dass manche Leute dann einfach mehr Risiko auf sich nehmen und dann Ethereum gehebelt tracken. Das kann dann bis zu einem Viererhebel hochgehen. Je nachdem, wie viele Leute diesen quasi Stablecoin haben wollen und wie viele Leute die Call-Option halten wollen. Und das ist, ja, das ist auf jeden Fall eine coole finanzielle Innovation. So, fangen wir einfach mal an, was so der Hintergrund von dem Ganzen war. Also hier war ich quasi im Frax-Finance-Chat und hatte, irgendwas hatte Sam Kasimian gesagt zu Frax, whatever, irgendwie zu Frax-Chain oder sowas. Und dann hatte ich so eine spontane Idee gehabt, wie man, was man noch mit CVX machen könnte. Man könnte dieses Modell, welches hier bei Ethereum verwendet wird, auch für Convex, für Curve. Und eigentlich auch für jedes andere Yield-Bearing-Asset durchführen. Und, äh, denn, ich meine, dieses Konzept funktioniert natürlich nicht nur mit Ethereum. Das Ganze kann man natürlich mit jedem Asset machen. Man kann, man kann zum Beispiel hier F-Convex haben, also ein Convex-Stable und, äh, X-Convex und ein, ja, ein, ein Convex, äh, ein Long-Call auf Convex haben. Und das Gleiche geht dann natürlich nicht nur damit, sondern das kann man dann auch theoretisch mit tokenized S&P 500 Aktien machen, mit tokenized Government Bonds, mit tokenized whatever. So, und, und das ist noch nicht die, das ist noch nicht die gesamte Magie hier hinter. Denn, ähm, man, äh, also, was das, was das im Endeffekt heißt, ist, dass man aus jedem Asset einen Stablecoin machen kann. Und, äh, das ist halt einfach eine gigantische Sache. Und warum ist das eine gigantische Sache? Naja, also, weil, äh, weil man darauf den Yield des Underlyings bekommen kann. Und man kann diesen Yield auch noch geboostet bekommen. Warum kann man diesen Yield geboostet bekommen? Naja, man kann ja, man kann, man kann das Design so aufbauen, dass man dann zum Beispiel hier, Hey, ich hinterlege meine, ich hinterlege meine Curve-Token für, für 24%, oder 23% APR. Und ich, und dann hinterlege ich dieses, dieses Asset quasi hier. Und, äh, kriege dann meine 24% APR drauf. Aber dann entscheide ich mich dafür, ein Protokoll so zu entwickeln, dass nur dieser Stablecoin quasi den Yield bekommt. Und sagen wir mal, 50% der Leute haben eine Curve-Call-Option gekauft und 50% der Leute haben, äh, staken das dort. Das heißt dann aber wiederum, dass der Stablecoin, dieser Stablecoin-Part, das Doppelte an Yield bekommen würde. Weil, äh, weil man sich so entscheidet, das Protokoll so zu designen, dass die Leute, die, äh, die quasi das, äh, das im Stablecoin halten, den Yield bekommen. Das heißt, äh, man würde dann in dem Fall, von, von dem, was ich gerade gesagt habe, knapp 48% APR auf den Stablecoin bekommen. Ohne irgendwelche Curve-LP-Pools, bla, 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 oder sowas. So, und, und das ist halt, das ist halt so die finanzielle Innovation. Das war auch irgendwie so, einfach nur so, so ein spontaner Gedanke, wo, was, wo ich dann einfach so gedacht habe, boah, krass. Ähm, äh, wo dann auch, äh, quasi die ganzen Curves, also hier der Curve-Gründer, seinen Chief Researcher drauf, äh, gepinkt hat. Hey, schau dir das mal an. Sam Kasimian war auch so, oh, what? Ähm, und, äh, ja, und dann ist mir allerdings, äh, aufgefallen, dass dieses Modell, und wer da schon am besten, ähm, wer schon am besten dafür geeignet ist, das Ganze umzusetzen, natürlich Allah den DAO ist, weil die halt hier schon die Infrastruktur, den Code und sowas alles dafür entwickelt haben. Deswegen, als ich das hier in den Chat geschrieben habe, äh, mir so gedacht habe, boah, das war ein krasser, spontaner Gedanke, dann bin ich zum, bin ich zum PC gerannt und hab mir erstmal den FXN-Token gemacht, so ganz in der Manier, erst kaufen und dann, und dann später researchen, weil ich wusste halt, dass der FXN-Token, äh, eine Art Revenue-Sharing und sowas alles hatte. Ähm, und, äh, war aber nicht so sicher, boah, ist das jetzt unterbewertet, überbewertet oder, oder, oder sowas in der Art. Ähm, weil ich mir gedacht habe, boah, krass, du hast jetzt gerade diese, diese krasse Idee in einen Channel gedroppt, wo 20.000 Leute sind und, äh, und da kann ich nicht die Zeit mir nehmen, vorher alles, alles zu researchen, äh, weil ich halt weiß, dass einige von denen es schon besser researched haben und dann selbst zu dem Schluss kommen, dieses Ding zu kaufen und deswegen zum Protokoll, äh, zum Protokoll zum Computer gesprintet und einfach direkt ein FOMO bei gemacht und danach dann angefangen zu researchen, angefangen mit den Leuten zu schreiben, hey, zum Krypto-Vestor, der eine oder andere wird ihm followen, ähm, ich, äh, bin so einfach direkt gefragt, hey, wo siehst du, was siehst du, ähm, als positives im FXN-Token, was, was ist so, was ist so das, äh, das ganze andere, hey, man kann natürlich sowas wie FCRV, also quasi-stable für Curve, für Convex, für, äh, was weiß ich immer machen, und der Yield wird geboostet sein, ähm, und, äh, dass das halt nicht nur im US-Dollar ein Stablecoin sein könnte, weil theoretisch ist das natürlich auch möglich, das in, äh, in Beta-Bitcoin-Stables zu machen, das heißt, dass du quasi auch als, äh, also ein Beta-Bitcoin-Stablecoin machen kann, der, äh, den Preis von Bitcoin trackt zu einem, zu einem gewissen Beta und du kannst es auch in jeder, in jeder, in jeder, in jeder Währung halt machen, also es ist nicht nur ein Stablecoin im US-Dollar, du kannst einen Bitcoin-Stable machen, du kannst einen S&P 500-Stable machen, und das ist übrigens auch, wie das Ganze in das Curve-Narrativ halt reingeht, weil, naja, es sind halt Stablecoins, so, und, äh, und das ist halt, das ist halt so das, äh, das, das Ganze, was halt so, ähm, ja, was halt so krass ist, er, ähm, er arbeitet halt eng mit diesem, mit diesem Aladin-Dao-Team zusammen mit FNX, und er meinte halt ja, hey, hier, Revenue-Sharing soll 50% sein, und so weiter und so fort, und das nicht nur, und, äh, als ich gesagt hatte, hey, ja, man kann sogar auch Beta-Bitcoin-Stables machen, da meinte er so, yes, that's coming, äh, und dann hab ich, hab ich auch schon so gedacht, mega, mega geil, plus, äh, die entwickeln wohl auch gerade Short-Version, äh, Tokens, dass du halt, äh, quasi das Ganze, äh, äh, naja, dass du, ähm, leveraged shorten kannst, um dann hier so ein bisschen das Counterparty-Risk von XEED zu übernehmen, und wie ich mir überlegt habe, also, das hab ich jetzt nicht gefragt, aber ich mein, was halt intuitiv Sinn machen würde, wäre, wenn du das mit einem negativen Beta tracken würdest, das heißt, dass, äh, weil, also hier das Ding, trackt das ja mit einem Beta von, äh, 0,1, und natürlich könnte man jetzt auch ein Inverses davon nehmen, was das mit einem Beta von minus 0,1 tracken würde, ähm, und, äh, und dann hätte man halt quasi auch das Inverse dazu, also, es wäre nicht perfekt Inverse, weil das ist so eine Hyperbole, Hyperbole, ähm, äh, und, äh, aber, ja, es wäre so, es würde zumindest ein bisschen Counterparty-Risk nehmen, was allerdings, äh, krass wäre, wenn du halt dieses F von ETH hättest, und dann quasi das Inverse dazu, das würde dann wiederum, weil wenn du eins, also du könntest halt 50%, äh, hiervon nehmen, und 50% in den, äh, in den, äh, Stable, der quasi das mit einem negativen Beta von 0,1 trackt, und dann hättest du halt quasi, äh, wenn du 50-50 gehst, einen perfekten quasi Stable, der, äh, der dann wiederum Delta-neutral ist, was dann halt wiederum eine sehr, sehr coole, ja, eine sehr, sehr coole Sache ist, äh, und, und dieser könnte dann halt auch den Yield bekommen, in dem Fall bei Ethereum noch nicht, aber wenn, sobald du das Ganze dann halt hast für, äh, für CVX, CRV, für, 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 für VLCVX, für andere, äh, andere Langs, und dann habe ich auch noch ein bisschen später realisiert, dass das natürlich nicht nur mit so einzelnen Assets funktioniert, sondern das Ganze funktioniert, äh, muss dann halt auch funktionieren mit, äh, mit, äh, mit Liquidity-Pool-Positions, denn die sind halt auch nichts anderes als im Endeffekt Yield-Bearing-Assets, das heißt, du kannst halt quasi einen Stable-Coin auch aus einem Liquidity-Pool halt machen, der dann irgendwie, äh, der dann hier 110% yieldet, und, äh, dann kannst du, irgendjemandem wird es sicherlich geben, der Bock hat, gehebelt Long auf einen Liquidity-Pool zu gehen, oder gehebelt Short auf einen Liquidity-Pool zu gehen, und dann quasi diese Yields halt zu farmen mit einem Stable-Coin, das heißt aber, also so, und das Krasse ist halt, dass, ähm, ja, dass dann halt quasi für jedes von diesen Assets nochmal ein Derivat gedruckt werden kann, äh, auf welches, auf welches dann ein Stable-Coin, äh, kreiert werden kann, und das ist halt einfach, also so, als ich das halt realisiert habe, wie viele, wie viele Stable-Coins eigentlich in den Markt kommen werden, und auch die in unterschiedlichen Denominations, wirklich, finde ich, finde ich, finde ich mega krass, ähm, ja, dann hatte ich auch noch einmal, hatte ich auch noch einmal, direkt, bin ich dann direkt zum Aladin-Dao, äh, äh, Channel gegangen, hab dann einfach mal so gefragt, hey, äh, ähm, also, unser Portfolio, unser Finanz-Koblin-Portfolio ist ja 70% FXS und 70% CVX, das ist so ein bisschen das Curve-Narrativ, und, äh, äh, und ich, ich hatte halt, hatte halt so gesagt, weil, ich hätte das jetzt in den, in den FRAX-Channel geschrieben, und vielleicht copycatted das jetzt FRAX oder irgendwie Curve oder irgendwie sowas, und wäre natürlich etwas schade, wenn, äh, jetzt Aladin-Dao, die halt dieses coole Protokoll entwickelt haben, jetzt gefrontrunnt werden von, von, von irgend so, ja, von, von Curve oder von Convex oder von FRAX, die das dann, naja, einfach klauen, diese Idee, und dann halt schneller umsetzen, und, ähm, ja, hoffe natürlich, dass das nicht passiert, ähm, aber hatte da dann auch so, einmal so konkret gefragt, wie das, ja, wie das Ganze funktioniert, und auch gemeint, das kann man ja auch für T-Bills machen, für S&P 500-Shares, für, für, sobald halt, äh, Aktien tokenized werden, kann man das auch damit machen, aber das ist das Geile an dieser Investment-These, das ist natürlich Stablecoins, und Stablecoins sind gut für Curve, denn Curve ist die Stablecoin-Börse, und mit jedem, mit jedem weiteren Stablecoin, der kommt, hat man mehr TVL auf Curve, hat man mehr Volumen auf Curve, hat man mehr Revenue auf Curve, und hat man, ja, äh, auch, ähm, ja, hat man, hat man mehr Yield, und das ist halt, äh, auch, äh, meine lieben Freunde des 2000Xs, äh, lasst mir gerne ein Like da, ähm, und, äh, äh, das ist natürlich das Haupt-Investment-Narrativ hinter der Finanzgoblins DeFi Selection, ich will versuchen, den DeFi-Markt so zu navigieren, äh, nach, nach meinem Narrativ, das ist das, das ist das Curve-Narrativ, wenn ihr Bock habt, mit mir zu investieren, kommt gerne in die Gruppe, und, äh, ja, Link findet ihr auch unten in der Beschreibung, ähm, und wenn ihr lernen wollt, wie ihr mit mir investieren wollt, äh, ja, da ist auch noch ein weiterer Link in der Beschreibung, aber in der Gruppe, äh, kommt erst mal, kommt erst mal rein und, äh, akklimatisiert euch, äh, mit mir. Ähm, ja, äh, fangen wir doch einfach mal an direkt mit der, also direkt, hat ja ein bisschen länger gedauert, äh, schauen wir uns einmal gerade die Werte an, mit denen ich das Ganze berechnet habe, so, und jetzt einmal zur, äh, Fundamentalanalyse und zur Excel-Tabelle, ähm, ja, ich hatte hier einfach mal so ein bisschen angefangen, die, äh, die Werte niederzuschreiben mit den, mit den Informationen, die, äh, die ich jetzt so ein bisschen zusammengetragen habe, also 50 Prozent der Staking-Erträge, äh, werden an FXN gehen und, äh, dann hab ich natürlich so ein paar Annahmen gemacht, wir sind ja jetzt im, im Bull-Market, also ein paar Bären sind noch im Denial, aber, äh, ja, wir befinden uns im Bull-Market und wir werden jetzt, äh, ja, in den nächsten, in den nächsten paar Monaten sehr viele Inflows wieder ins, ins DeFi-Ökosystem haben, einfach wegen den, wegen den gesteigerten Yields und, äh, befinden uns wieder einmal in einem Raging-Ball. Bull-Market und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass, äh, dass solche neuen DeFi-Primitive, die, äh, also finanziellen Primitive, die, ähm, naja, äh, in der Lage sind, so hohen Yield anzubieten für die Leute, Staken natürlich viele Deposits bekommen, denn, naja, wie, wie, wie hört sich das denn an? Du kannst halt, äh, du kannst halt, äh, deine 30, 40, 50 Prozent auf Stablecoins bekommen, natürlich, äh, und, und das Ganze halt dann auch wirklich, äh, also im Endeffekt nur, weil du konzentriert den Yield bekommst von anderen, äh, aber ja, das wird ein sehr, sehr großes Narrativ werden, also, wie immer natürlich keine Finanzberatung, das Ganze ist natürlich super, super komplex, aber ich denke halt, dass das, dass das ein, äh, ein wichtiges, ein, ein wichtiger Baustein werden wird, ähm, deswegen, auch wenn die Zahlen hier gerade noch so ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen utopisch erscheinen, denke ich, dass das realistisch ist, aber deswegen auch immer, take it with a grain of salt, immer, ähm, macht auch immer eure eigene Due Diligence, ich bin hier irgendein Typ im Internet, der so seine, der so seine Due Diligence, äh, 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 ähm, vielleicht bin ich halt auch einfach nur delusional, keine Ahnung, aber ich, ich denke, dass das möglich ist im Bullen-Market, denn, ähm, ja, äh, im letzten Bullen-Market waren wir ja auch deutlich höher und wir haben auch die ein oder andere verrückte Sache gesehen, ich denke, dass dieses Protokoll wahrscheinlich im Bullen-Markt in der Lage ist, bis zu eine Milliarde Dollar TVL, äh, zu attracten, ähm, insbesondere, wenn, wenn auch so andere, ähm, naja, sagen wir mal, andere Vorhersagen auch von den Tread-File-Leuten so ein bisschen einkommen, dass jetzt irgendwie 200 Milliarden Dollar an Stablecoins in den Markt rotieren und wenn Ethereum irgendwie sein 3, 4, 5x oder sowas macht und Bitcoin auch seine 140, 150.000 oder so steigt, dann, dann wird natürlich alles an, äh, an, 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 super an Wert gewinnen und auch sehr viel, äh, es wird sehr viel möglich sein, an, an Wert in Stablecoins zu extrahieren aus diesem Ökosystem und, äh, basierend darauf und basierend, dass man nur quasi sagt, äh, man hat den ETH-Validator-Yield, äh, würde man 5% bekommen, allerdings, äh, allerdings denke ich, 5% ist auch wirklich am unteren Ende, eine sehr, sehr konservative Schätzung, denn, naja, ich meine halt irgendwie viele von diesen DG-Yields sind halt nicht nur 5%, sondern sind dann, sind dann halt 70% oder, 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 oder auch von mir aus auch nur 20 oder so, aber, und basierend auf diesen, basierend auf diesen, äh, eine Milliarde Dollar und 5, äh, 5%, ähm, 5% quasi an, an, äh, an Staking-Ertrag, äh, würde man, würde man seine 50 Millionen Dollar im Jahr halt einnehmen, ich denke, aber ich meine halt so pick, pick and choose, also so, ich meine, es gibt auch genug Stablecoins, die irgendwie 10% oder sowas Yielden und dann könnte man natürlich auch diesen Revenue nach oben machen, vielleicht sagt ihr aber auch, hey, ähm, wir, also auch wenn man, es ist ja auch eine Kalkulationsfrage, vielleicht glaubt ihr nur, hm, die sind vielleicht nur in der Lage, 500 Millionen Dollar zu machen, aber du denkst halt, dass der, dass der, äh, der, der Staking-Ertrag dann von, von, von einem Stablecoin zum Beispiel bei 10% liegt, dann, ähm, ja, dann wären das die gleichen Zahlen. Aber, ja, also so, so, so viel, so viel dazu. Davon würden dann halt die Hälfte an die FXN-Holder gehen, beziehungsweise an die, die müssen das dann wahrscheinlich locken, plus an die FXN-Holder gehen dann die Leute, äh, gehen dann die Gebühren, wenn jetzt diese Optionen gemintet werden, wenn sie redeemed werden, das sind einfach so ein paar, einfach so ein paar Annahmen, die ich getroffen habe, die, äh, wie die in der Höhe sein könnten und ich denke schon, dass es reasonable ist, dass dieses Protokoll dann ist, äh, dann in der Lage ist, 30, 30 Millionen Dollar im Jahr an, äh, wirklichen Revenue, äh, Revenue zu schaffen und, ähm, und insbesondere auch, äh, auch in einem Bear-Market, denn, also, falls, falls der Bear-Market schneller eintreffen sollte, weil das sind ja quasi Stablecoins, also, die sind dann halt, die tracken den Kryptomarkt mit weniger Hebel und, und, also mit nem, mit nem, äh, mit nem Hebel von 0,1 quasi, also mit nem Beta von 0,1 und das ist halt ne, ja, das ist, das ist ne coole Sache, äh, dazu muss ich, muss ich allerdings noch sagen, äh, im Moment gibt es nur 45.000 Token im Umlauf und wir haben auch noch dieses Jahr eine Inflation von weiteren 45.000 Token, das heißt, es wird auch noch viel verkauft werden, allerdings liegt das Market Cap auch gerade bei nur rund 4 Millionen Dollar oder beziehungsweise als es bei 72 Dollar war, war es bei, bei 4 Millionen Dollar, jetzt ist es wahrscheinlich irgendwie so bei 4,5 oder so was, das ist ein bisschen gepumpt, um 10% rund und, äh, da muss man natürlich dann auch immer ein bisschen drauf achten, aber so wie ich das verstanden habe, wird es auch dort so ne Art Gorge System geben, wo man dann entscheiden kann, welche Pools incentivized werden mit den, mit den Token, das heißt, man kann halt, wahrscheinlich wird sich dann auch so ein Bribing System ergeben, wie dann halt auch bei Curve und bei, und bei Prisma, ähm, ähm, da wird sich dann aber auch zeigen, ob, äh, diese, ob diese, ob diese Bribes dann halt auch, ähm, ob da dann auch viel gebribed wird, weiß ich natürlich nicht und, naja, aber wenn man dann, äh, zum Beispiel 1% des Protokolls kaufen würde, was dann so knapp für 32.000 Dollar möglich wäre, ähm, ja, hätte man dann basierend auf den Werten eine jährliche Rendite für den Investor von knapp 300.000 Dollar und das wäre dann, äh, bei dem Einstiegspreis eine APR von 1000, äh, von 1000% und, äh, ja, das ist natürlich eine sehr, sehr solide Dividendenrendite, wenn man, wenn man davon ausgeht und vielleicht auch so zu meiner Methodik, ähm, als ich das Ganze gemacht habe, habe ich nicht irgendwie gesagt, boah, hm, wie kann man, wie kann man auf 1000% APR kommen, äh, sondern hatte das, äh, hatte halt wirklich einfach so erstmal die, die Werte gemacht, wie ich halt denke, wie hoch das in einem Bullenmarkt wachsen kann und, äh, und, ja, und das Ganze hatte sich dann nur, ähm, ja, relativ, ja, relativ, relativ gut, äh, angepasst und ich meine, weil das ganze Protokoll ein Blutschip ist und wir halt immer sehen, dass so diese, also, es ist noch kein Blutschip, aber ich denke, es hat das Potenzial, ein Blutschip zu werden und diese Blutschips yielden in der Regel natürlich nicht 3% am Tag, was halt 1000% APR ist, also so ungefähr 3% am Tag, äh, sondern meistens yielden die eher sowas zwischen 8 und 15% und sagen wir einfach mal, sagen wir einfach mal 10%, naja, wenn es, äh, wenn es 10% yielden würde, dann hätten wir auch die spekulative Preissteigerung von, naja, von einem 100x und das ist auch, warum ich die, äh, diese 100x im Thumbnail, äh, gewählt habe, nicht als Clickbait, sondern, äh, ja, als, äh, tatsächlich eine Möglichkeit, wenn das Ganze sich als ein Blutschip etabliert in diesem Bullenmarkt, dass, ähm, ja, dass dann die geschätzte Rendite sich anpasst auf 10% und der Preis dann ein 100x macht, allerdings, wie immer, man muss Profite nehmen, man muss immer ein bisschen sich absichern und ich gehe, also so die, 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 sagen wir mal, die ehrliche Antwort, äh, würde ich sagen, ich gehe von einem 10x aus, äh, ähm, einfach, um sicher zu gehen, dann würde das Ding 100%, 100% APR yielden, ähm, ja, genau, und, äh, das ist vielleicht doch noch ein bisschen, noch ein bisschen zu hoch angesetzt, ähm, oder zu niedrig angesetzt, aber das ist so das, was ich so am unteren Ende erwarten würde und am höheren Ende wäre dann wirklich das 100x, wenn, wenn wirklich die Sterne richtig stehen und, äh, und, äh, ja, alles so läuft wie geplant und ich, äh, ja, und das ist es eigentlich auch soweit, meine lieben Leute, meine lieben Freunde des 2000x, wenn euch das Video gefallen hat, gerne, wie auch vorher gesagt, Like da lassen, Subscriben, in die Gruppe kommen und bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.